Musik Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie hier in einer wunderschönen Bauernstube, wie Sie sehen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bert Behl. Ich komme aus Berlin, habe dort 13 Jahre lang eine volkstümliche Wunschsendung moderiert. Die hieß Fröhliche Musikanten. Und eines Tages kamen zwei fröhliche Musikanten zu mir, stellten ihre neue Schallplatte vor. Und die beiden Knaben sitzen jetzt neben mir. Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Das ist der Andreas und der Rüdiger, das Duo Treibsand. Schön, dass ihr da seid. Stoß erst mal mit einem wunderbaren Rotwein an.